So, auf geht's, Runde. Zeit für ein Duell. Oh mein Gott. So, komm, noch eine Runde hier. Yugi, let's go. Nee, ich weiß nicht, ich hab einfach keine Zeit mehr. Das ist einfach zu viel für mich. Sorry, ich bin raus. Kuckuck. Neues Structure Deck. Und zwar mit Jack Atlas. Jetzt unser Welle, das ist dein Lieblings-Deck. Ja, voll geil. Ja, es gibt da neue Karten und man kann jetzt eine coole Kombo machen. Wollen wir einfach mal spielen? Ja? Okay. So, komm, noch eine Runde. Let's go hier. Nee, weißt du was? Nee, das war lustig so, aber ich hab wirklich keine Zeit. Nee, ich muss echt auffangen, das Mann. Sorry. Ah, das neue Haupt-Set, Phantom Nightmare. Endlich neues Haupt-Set auf, Mann. Let's go. Ist das Jubel? Die kenn ich ja noch. Ja, das ist Jubel. Jubel hat neue Karten bekommen, neuen Haupt-Set. Oh mein Gott. Komm her, ich zeig's dir. Was? Ja, es gibt jetzt neue Karten extra dafür, nur für Jubel. Und es gibt ein neues Fusionsmonster. Du kannst doch mit Super-Poly alle wegfussieren. Was? Wie geil. Ja, ist richtig gut. Soll ich dir das Deck mal zeigen? Topf der Gear. Die ist verboten. Ist das jetzt ein Problem oder was? Ach, was? Passt schon. Zieh zwei. Dann elegante Wohltäterin. Die ist auch verboten. Ja, und Topf der war jetzt auch okay. Was soll's? Ja, komm, mach. Zieh drei. Dann discard ich zwei. Fert weg. Und weg, Zodia. Ich hab gewonnen. Ach, fuck. Hallo? Das darf man nicht. Ja, dann setze ich noch grad weg und du bist. Tja, dann zieh ich. Und ich würd sagen, es ist Zeit für mein Boss-Monster. Ich beschwöre Sparkman in Anders-Modus. Attacke! Dann aktiviere ich Fusion. Und dann fusioniere ich... Obwohl... Nee, warte mal. Beschwöre ich... Ja doch, das ist ganz gut, glaub ich. Obwohl... Nee, warte, warte. Nee, ich beschwöre... Ich beschwöre... In-Hier mit... In-Hier. Ups. W-W-Wha? Effekt, ein, zwei. W-Wha? W-Wha?